Ben, es gibt ne gute und ne schlechte Nachricht. Die schlechte ist, es gibt gar keine gute. Das ist doch ein Scherz. Ben, sie ist weg, so ist das nochmal. Herr SMS ist natürlich gemein. Nach dem Bestseller von Benjamin von Stuckrad-Barre. Hallo, mach bitte auf! Hallo? Drei Jahre mit Katharina und am Ende zertrummelt ihr ein Sondereinsatzkommando die Tür. Hast du nen anderen? In der Liebe ist es doch genauso wie in der Musik. Katharina ist deine erfolgreichste Platte. Am längsten in den Charts, am längsten im Herzen. Du kommst halt nicht los von ihr. Und? Solo-Album. Ich will doch nur wissen, wie es hier geht ohne mich. Leiche. Hi. Sie soll ruhig merken, dass ich ohne sie zu euch komme. Alter, was ist denn dein Schwanz in der Autotür? Hey! Was macht ihr da? Meister, wir haben nur die Schlüssel verloren, heißt das? Ja, du, will ich hier? Verpisst euch von meinem Wack. Aber Sackle! Verpissen, das ist ein gutes Wort. Nach dem harten Schnitt, andere Mitter haben auch schöne Träger. Wir müssen uns jetzt küssen. Küssen darf ich leider nicht, aber Lappen ist okay. Wir müssen uns jetzt küssen. Dann brauchen wir so langsam die Spannung an. Genug Spannung abgewählt? Oh, 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 oh! Du seid kranker! Auf die Warte! Was? Brennst du ab dem Bauch aus? Leg dich hin. Oh ja, das ist gut. Sag mal Benjamin, wie lange bist du jetzt bei uns? Morgen mal nicht mehr mitgerechnet. Wenn Ben geht, dann gehen wir alle! Grabosch, in meinem Büro. Wo ist Ben? Na, was denn, was denn? Ich bin der Dieter Wohlen, der sieht privat immer so aus. Hey, cool mal. Hallo, ich bin's, Katharina. Solo-Album. So eine Überraschung. Wie geht's? Wie steht's? Demnächst in Kino. Wo ist. Ist. Zu. Ist.